Ihr seid für die Meisterschaft der Kampfkünste angemeldet. What's up guys, here is Evils of Gaming, my name is Evil and let's get it on. Hallo Leute, wie versprochen, nun, Blade & Soul ist am Start seit gestern. Ich habe jetzt meinen Berserker, meinen Destroyer auf Level 22 gelevelt. Und ihr seid jetzt live dabei, mittendrin statt nur dabei, in dem ersten PvP-Match, das ich überhaupt jetzt seit dem Release gemacht habe, also dem Vor-Up-Release. Und ich spiele jetzt gleich gegen einen Klingendancer, also einen Blademaster. Diese kleinen Biester sind extrem wendig und man muss zusehen, dass man so einen Klingendancer dementsprechend Stunt, Nockt oder wie auch immer, sodass man ihn greifen kann. Das ist immer ganz wichtig, also man muss ihn beschäftigen und teilweise auch versuchen, mit dem Shield manche Sachen abzuwehren. Weil wenn die einmal in Fahrt sind, sind die echt so flink, das ist Hardcore. Aber ist mir ganz gut geglückt, ich habe ihn gut beschäftigt, den Kollegen habe viele Sachen auch abblocken können, zum Glück war auch ein bisschen Glück dabei, sind wir mal ehrlich. Aber das ist so mein Main, also das wird jetzt so mein Main sein. Ich habe jetzt auch noch einen Twink am Start. Da handelt es sich um einen Gewaltenbändiger, einem Force Master. Aber ihr werdet auch viele Sachen von dem Destroyer, also meinen Main, den ich jetzt als Main in Blade & Soul spielen werde, sehen. PvP, werdet da auch Bildvideos zu machen, wie ich die einzelnen Skill-Talente belegt habe und so weiter bei Tipps, Dricks, Guides, Tutorials, whatnot. Und wie gesagt, jetzt wieder am Start mit Blade & Soul, mein erstes PvP-Game. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schaut es euch an, Blade & Soul, wie gesagt, werden Videos kommen, wird gestreamt, regelmäßig auf Evilsoft Gaming und seid dabei. Würde mich freuen, euch auf Twitch-TV zu sehen und mal live ein bisschen mit euch zu quatschen. Also schaut vorbei, würde mich freuen. Twitch.tv slash Evilsoft Gaming, jederzeit bereit, Fragen zu beantworten und so weiter und so fort. Wie gesagt, Evil ist ready, do rumble und ist bereit, jetzt in Blade & Soul auch in PvP durchzustatten. Jetzt erst mal die erste Zeit ein bisschen leveln, wir aber zwischendrin immer mal wieder ein bisschen PvP machen, um dann einfach zu sehen, wie konnte ich am besten gegen bestimmte Klassen und so weiter und so fort. Aber da wird es auch nochmal separate Videos zu geben. Also würde mich freuen, euch zu sehen auf diesem Kanal. Please drop me a line below. Also schreibt mir eure Meinungen zu Blade & Soul, wie auch immer. Ist free to play, geht nächste Woche an den Start. Ihr könnt jederzeit spielen, habt keine Einschränkungen. Also schaut es euch an, das Kampfsystem ist wirklich very, very nice. Okay, dann würde ich sagen, ich blende euch nochmal ein bisschen Musik ein. Ich hoffe, euch gefällt der Fight. Und ich würde sagen, ich ende mit meinem Motto, keep it real and it's all about the games. Haut rein, Leute. Und ich würde gerne auf den Start. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.